was geht ab leute hier ist kofi von der lgbt community mein stadt zu kanal ich habe ein video gemacht ich weiß es wäre ein video ich bin schwul und wenn ihr fragen habt könnt ihr auch stellen wenn ihr darüber hilfe braucht könnt ihr mich anschreiben auf instagram wenn ihr ein paar tipps haben möchtet wie aus außen möchtet könnt ihr uns auch fragen ich will wissen haben wir noch ein paar leute die aussehen wie ich uns hier auf youtube folgen wenn ja ist es cool und ich schreibe unten in kommentare wie ihr es findet wenn ich ein paar schulenvideos mache sozusagen tipps gebe wie ihr euch outet wie ihr euch benehmt oder wie egal was ist und wie ihr es findet und es wäre cool und ja das erste video davon weil wir Angst nichts zu tun haben jetzt gerade und ich gerade höre es gerade Fernsehen wie ich gerade so ein gehört aber es ist jetzt so zu reden das ist ein bisschen überlappt ihr fände nicht so oft und wir arbeiten auf so ein video machen machen wie ich warum ich gemerkt habe wie eine schul bin dazu kommt aber es dauert noch ein bisschen und ich weiß okay dass ich der einzige bin auf dem kanal das wohl ist die anderen sind schon vergeben und sagen zwei ein von denen ist ein vergeben das ist manu hat seine freundin ist katja und die anderen sind noch single und noch keine freundin und ja wie gesagt wenn ihr ein paar fragen habt könnt ihr mir ihre stellen unten kommentare schreiben kommt mir auf insta folgen und da kommt und da mir fragen stellen kofi kai ja ich auf instagram und auf stadt zu können ja auch fragen stelle ich wisst bescheid an die wenn es auch dann lesen mit euch zu helfen was und was wie euch da das behandeln wie erster umgehen könnt und ja das war von mir ist video und die videos was ich doch mache kommt auch noch was ich keine sorgen zu machen wir ein paar neue videos machen jetzt haben wir überlegen wie das machen mit schnee so getrennt dass wir auch wieder auf videos machen genau das sind wir gerade zur überlegung das machen wir auch glaube ich oder auch nicht mal gucken die schwierigkeit ist wegen des wind wenig kälte und ganz ja genau das sind wir machen sind froh machen und irgendwas und wird noch bald wir alle treffen und sollen videos machen jetzt einfach mal getrennt videos und ja vergesst unten zu abonnieren kommentieren auch nennt den button rot weg machen und ja daumen hoch machen auf und ist cool wenn ihr dieses video viral zu machen auf 100 likes wenn ihr uns richtig feiert und ja das war's von mir und ciao